Über 50% der Befragten haben gesagt, mein Rucksack hat zwischen 5 und 10 Kilo. Ganz schön ordentlich. Aber bei einer Hochtour kann es je nach Ausstattung nochmal einiges an Ausrüstung mehr werden. Wie können wir uns am besten darauf vorbereiten? Müssen wir da das Rucksackgewicht berücksichtigen und sollten wir davor trainieren? Zuallererst die eingangs formulierte Frage ganz klar beantwortet. Ja, zur richtigen Vorbereitung auf das Gebirge im Sommer zählt es auch mit dem entsprechenden Rucksack unterwegs zu sein. Das bedeutet also, man sollte sich für die eigenen Projekte nicht nur hinsichtlich der Kraft und Kraftausdauer vorbereiten. Wobei ganz stimmt das nicht, denn der schwere Rucksack triggert vor allem die Kraft und Kraftausdauer. Also solltest du aktuell noch keine ordentliche Workout-Routine für Schultern, Bauch, Beine und Co. haben, dann kann das Rucksacktraining definitiv auch eine Methode dafür sein. Und wie schaut Rucksacktraining genau aus? Dafür sollte ich dir erstmal was übers Zielgewicht erzählen. Denn das hängt ganz davon ab, was du diesen Sommer oder die folgenden Sommer eben so vorhast. Schauen wir uns zum Beispiel einen Hochtournrucksack an. Wenn man jetzt eine durchschnittliche Ausrüstung so anschaut und ultra leicht mal außen vor lässt, dann wird es da schon relativ schwer. Acht Kilo sollte man da schon einberechnen. Gerade wenn man dann noch das Seil draufpackt, sind es vielleicht sogar schon elf. Wer weitwandern gehen möchte, muss selbst im Sparmodus mit acht Kilo Tagesgepäck rechnen. Und wer weitwandern mit alpinen Touren kombinieren möchte, verlässt unter 15 Kilo sowieso nicht das Haus. Schaut man sich dann noch die Rucksäcke für Alpines Klettern oder Biwaks mit Zelt und Co. an, dann wird es nochmal deutlich schwerer. Man sieht also, wenn man egal was übers Wandern hinaus macht, dann merkt man das einfach im Rucksackgewicht. Und hier kommt jetzt ein oftmals beobachteter Fehler ins Spiel. Gerade bei der Tourenplanung und Umsetzung rechnen viele Durchschnittswanderer damit, dass sie die Wanderzeiten auf Hochtourn und Co. umlögen können. Abgesehen von Schnee und Eis, was das eigene Tempo nochmal deutlich einbremst, wird aber eben ganz oft auch beim Zustieg schon das höhere Rucksackgewicht einfach vergessen. Wie wirkt sich das dann aus? Naja, die Rücken-, Schulter- und Oberschenkelmuskulatur ermüdet einfach schneller, weil ja mehr Gewicht getragen werden muss. Rücken-, Schulter- und seitlicher Bauch halten den Oberkörper aufrecht, während der schwere Rucksack den Oberkörper eigentlich nach hinten ziehen will. Die Oberschenkel müssen bei jedem Bergauf- und Bergabschritt mehr Gewicht einbremsen bzw. auch hochstemmen. Und das macht sich dann eben in einer schnelleren Erschöpfung der Muskulatur bemerkbar. Die Folge ist, dass man einfach deutlich langsamer wird und das so lange, bis man irgendwann gar nicht mehr kann und will. So kommt dann die unglaubliche Differenz zwischen Wanderung und dem Zustieg zur Hütte während einer Hochtour zustande. Aber eigentlich ist doch jetzt super interessant, was können wir denn dagegen tun? Das ist recht simpel und weil es so simpel ist, wird es eben gerne vergessen. Wir müssen unser Training an unser Gesamtgewicht anpassen. Nicht unser komplettes Training, aber bestimmte Trainingseinheiten eben. Denn wie man es auch beim Auto kennt, gibt es bei euch selber eben ein Eigengewicht und ein Gesamtgewicht. Aber euer Körper, wie auch das Auto, braucht beim maximalen Gesamtgewicht nun mal deutlich mehr Sprit, als wenn es leer ist. Der Unterschied ist nur, dass es dem Auto wurscht ist, ob es leer oder voll durch die Gegend fährt. Das kann beides immer gleich gut, aber eure Muskeln sehen das halt anders. Die passen sich nämlich gerade im Kraftbereich nur an die Belastung an, die ihr dem Muskel auch vorsetzt. Logisch, euer Muskel wird ja nicht stärker, als er sein muss. Deshalb gibt es nun unsere Trainingstouren im Frühling mit dem Rucksackgewicht zu machen. Das uns letztlich am Ort des Verbrechens dann ja auch erwartet. Manche von euch können das sicher machen und sind vielleicht nur zu sehr ins eigene Bett verliebt oder so. Aber andere stehen nun vor der Frage, was soll das denn jetzt konkret heißen? Wenn ihr noch nie eine Tour gemacht habt, wie ihr es dieses Jahr vorhabt, dann solltet ihr unbedingt vorher den geplanten Rucksack einmal so packen, wie er dann ausschauen wird und ihn auf die Waage stellen. Dann kennt ihr ungefähr das Referenzgewicht und könnt den Trainingsrucksack daran anpassen. Für Hochtourengeher ist das zugegebenermaßen etwas einfacher als für Extreme Backpacker, weil da einfach weniger Zeug rein muss. Aber gerade beim Packen des Trainingsrucksacks kann man wahrlich kreativ werden, was die Füllung betrifft. Aber dazu komme ich gleich nochmal etwas genauer. Denn wenn ihr immer nur mit einem 5-6 Kilo schweren Rucksack unterwegs seid, dann ist der Umschwung auf 14-15 Kilo definitiv die Hölle für euch und eure Muskulatur und Gelenke. Start low, go slow heißt hier die Devise. Wenn ihr in 20 Wochen eine Tour mit 15 Kilo Rucksack vorhabt, dann macht mal aus dem 5-Kilo Rucksack einen 6-Kilo Rucksack. Bei einer wöchentlichen Wanderung, egal ob groß, klein, flach, steil, kann jede Woche das Gesamtgewicht um 10-20% des aktuellen Rucksackgewichts angepasst werden. So macht ihr eure Knie langsam mit der Zusatzbelastung vertraut und auch die Muskulatur bekommt genug Zeit, sich anzupassen. Die Folge von einer sofortigen Erhöhung des Gewichts um viele Kilos ist ein Muskelkater der Hölle. Denn die Muskulatur ist einfach vollkommen überfordert und im schlimmsten Fall sogar Gelenks- und Sehnenprobleme im Knie können dadurch entstehen. Das lohnt sich einfach nicht. Deswegen immer daran denken, start low, go slow. So, zu Beginn sollte gleich mal klargestellt sein, das ist heute kein Zonentraining. Das bedeutet, wir haben keine vorgeschriebene Herzfrequenz, in der wir trainieren wollen, sondern es geht heute mehr um Kraftausdauer und Muskulatur in den Beinen. Wenn wir einen Rucksack mit uns herumtragen, dann werden wir automatisch mehr Kraft in den Beinen brauchen, um dieses Gewicht nach oben zu drücken, wenn wir über Steilstufen zum Beispiel aufsteigen oder generell über steile Wege. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, man sollte das eher mit einem kleinen Rucksack machen, weil große Rucksäcke sind dann wieder nicht so komfortabel. die stören dann vielleicht beim Gehen und es geht ja hier jetzt aktuell hauptsächlich um Training und nicht so um die super realistische Nachbildung einer Bergsituation. Deswegen kann der Rucksack auch ruhig kleiner sein. Dementsprechend müssen aber die einzelnen Gegenstände, die reinkommen, natürlich schwerer sein. Sonst komme ich bei einem kleinen Rucksack nicht auf das Gewicht, auf das ich will. Wichtig zu Beginn, wenn wir mit schweren Rucksäcken anfangen zu trainieren, ist es definitiv trotzdem nicht zu schwer anzufangen. Gerade zu Beginn der Saison ist es wirklich wichtig, dass wir unsere Knie auch da ein bisschen schonen, wenn wir jetzt noch nicht so drinnen sind. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Hochtourenrucksackgewicht relativ bald mal zu tragen sein sollte, damit man eben auf das entsprechende Level kommt, was man dann braucht, um auf Hochtouren zu bestehen. Und nur darum geht es ja im Prinzip. Aber trotzdem, gerade zu Saisonbeginn kann man sich wirklich dann auch mal etwas zurückhalten, ein bisschen genießen und man muss den Rucksack jetzt nicht komplett vollpacken. Wer schon etwas weiter ist in dem Ganzen und sagt, der Hochtourenrucksack ist per se überhaupt kein Problem mehr, der kann sich natürlich überlegen, dass er dann in die prozentuale Umrechnung des Körpergewichts umsteigt und dann eben da mehr oder weniger Gewicht drauf packt. Und ich bin jetzt zum Beispiel mit 20% unterwegs und 20% meines Körpergewichts. Und das ist etwas mehr als mein normaler Hochtourenrucksack. Und man kann sich dann eben auch so hocharbeiten, wenn man zum Beispiel fürs Weitwandern trainiert, dann ist das zum Beispiel gar nicht so viel eigentlich. Aber je nachdem, was man eben halt dann vorhat. Beim Training mit schwerem Rucksack ist das Gewicht das Hauptaugenmerk der Trainingseinheit. Das bedeutet, Gott sei Dank auch, dass man mal auf die ganzen Zonen pfeifen kann und einfach eine Wanderung wie immer hinlegt und einfach so dahin geht, wie man es eben immer machen würde. Das macht das Training wieder etwas unkomplizierter, wenn man mal losgegangen ist. Bedeutet, die Pulsuhr kann theoretisch auch zu Hause bleiben, wenn es einen sowieso nur zwecks Training interessiert und es kann schon losgehen. Beim Gehen selbst ist es wichtig, dass man sich eine Tour sucht, die eben angenehm zu bewältigen ist und nicht die Grenzen des eigenen Könnens darstellt. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Wichtig ist noch, dass man auf jeden Fall auf eine gute und richtige Haltung während der kompletten Trainingstour achten sollte. Je schwerer der Rucksack wird, desto schwerer wird es für die Muskeln, eine ordentliche Körperspannung über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Das ist aber verdammt wichtig. Nur mit der richtigen Körperspannung und der richtigen Haltung kann der schwere Rucksack, egal jetzt ob fürs Training oder die richtigen Touren, auch gesund gehalten und getragen werden. Ein schwerer Rucksack ist ein enormes Gesundheitsrisiko, wenn er ständig mit einer schlechten Haltung getragen wird. Also achtet unbedingt auf einen geraden Rücken, Spannung im Arsch und im Bauch aufrechte Schultern, die nicht nach vorne fallen. Das ist übrigens das größte Problem beim schweren Rucksack. Und dann kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Ganz hilfreich kann es übrigens auch sein, wenn man sich die Stöcke zur Hand nimmt. Nicht nur, weil man damit etwas Last von den Beinen nehmen kann, sondern auch, weil besonders schwere Rucksäcke durchaus auch die Balance beeinflussen können. Und dann sind Stöcke schon ganz praktisch, damit man nicht wie eine Schildkröte vom Berg rollt. Auch noch erwähnen sollte, dass man sich nicht die allersteilsten Berge zu Beginn suchen sollte. Je steiler der Berg ist, der Anstieg im Gesamten, desto schwieriger ist es für den Oberschenkel das Zusatzgewicht zu handeln. Kommen wir jetzt nochmal zu einer knackigen Zusammenfassung, damit ihr euch gleich euer nächstes Training für die Berge selber zusammenstellen könnt. Anfänger mit ambitionierten Gewichtszielen empfehle ich 10-20% des aktuell höchsten Durchschnittsgewichts beim Rucksack einfach mal draufzupacken und sich Woche für Woche langsam hochzuarbeiten. Die Strecke sollte ungefähr 70% des aktuellen Maximums eurer Leistungsfähigkeit entsprechen, nicht viel mehr. Könnt ihr maximal 1000 Höhenmeter auf- und absteigen, dann sollte eure Rucksack-Trainings-Einheit bei ungefähr 600 bis 800 Höhenmetern Auf- und Abstieg enden. 70% also als ungefähre Richtwert. In der Distanz sollte man eher die Berge mit gemütlicheren Aufstiegen wählen, also 1000 Höhenmeter auf 3 Kilometer sollten vielleicht nicht die erste Wahl sein. So schont man gerade in den höheren Gewichtsschritten die Oberschenkel und die Sehnen entlang des Kniegelenks. Das Ganze kann man im Idealfall einmal bis zweimal pro Woche machen. Damit passt sich der Körper schön langsam an neue Gewichtsklassen an und entwickelt sich dementsprechend auch immer verletzungsfrei weiter. Spannend wird es für alle, die schon auf ihrem Zielgewicht bezüglich Rucksack angekommen sind und jetzt vielleicht den Wunsch haben, dass dieses Gewicht noch leichter schaukelbar sein sollte. Da empfehle ich nämlich dann eindeutig den Umstieg auf eine ganz andere Berechnungsmethode. Nehmt dann nicht mehr Kilo, sondern orientiert euch am eigenen Körpergewicht und startet da eben mit 20% des Körpergewichts. Wenn das zum Beispiel unter der maximalen Rucksackgewicht liegen sollte, dann könnt ihr das so lange hochschrauben, bis ihr eben drüber hinweggekommen seid. Der Grund für die andere Berechnungsweise ist ganz wichtig. Ihr solltet nie mit 40% oder mehr eures eigenen Körpergewichts herumlatschen. Das kann über lange Strecken und längere Zeit zu ernsthaften Gelenkschäden in den Knien und der Hüfte und vor allem echten Muskelschäden im Nacken und den Schultern und Co. führen. So, falls ihr jetzt auch so richtig Lust habt, euch einen 20 Kilo Rucksack umzuhängen, dann kann ich davon ausgehen, dass der Alpen Academy Kanal schon abonniert ist. Falls nicht, kein Problem, kostet nichts und tut nicht weh. Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei einem neuen Testvideo. Bis dahin, Bergheil! Bis dahin, B, B